Das war ein Scheiß, ich werfe die ganzen Abzüge auf den Müll. Schluss mit Shootings am Meilen. So hart an die Kante. Das ist Fotografie. Nicht so Postkarten-Motive wie Bordo, dieser Knipser. So, Pelle! Die Kante. Die Kante. Die Kante. Die Kante. Sehr spät. Was haben wir da Schönes? Habe ich nur für einen Freund aufgehoben, ehrlich. Über das Koks reden wir später, jetzt geht es erst mal um Jack Silver. Jack? Wieso? Was ist mit ihm? Keine Radio gehört, er ist tot. Was? Das gibt es doch nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Na ja, den Satz höre ich dauernd. Ich war gestern Abend zu Hause und ab elf im UU. Fragen Sie Anja. Jacky und ich, wir waren Freunde, echt. Okay, wir haben mal gestritten, aber das heißt doch nichts. Warum sind Sie vor uns abgehauen, Herr Wagner? Jemand wie Sie rennt doch nicht wegen fünf Gramm Koks weg. Ich habe Bewährung. Der Richter hat gesagt, das nächste Mal muss ich einfahren, dann ist Sense. Verstehen Sie? Ihre Fingerabdrücke sind in Jack Silbers Büro. Ja und? Ich meine, das heißt doch nichts, oder? Ich war am Abend vor dem Shooting bei ihm. Mit wem haben Sie denn telefoniert? Mit Polko. Dieser Versandhausfuzzi. Beziehungsweise mit seinem Vorzimmer, er war gar nicht da. Silber war ein Aufreißer, die ganze Stadt muss voll sein von alphasüchtigen Typen. Ich könnte da machen Polo, damit er sieht, was ich meine. Oh, Moment, da klemmt was. Mission bitte. Mann, ich habe keine Zeit. Wir kommen wegen des Schuldscheins, die 40 Riesen. Kommt ihr mit? Gut ist, descent. Ich gehe noch auf den Kreifen, die 50 im Winter. So, blow jetzt phone ich auf das Leben weg. The Last Game, das Amber mit unsicherакс 2 eins promises nachher. mutta cumulative Dionpackung? Belt Kapivä16, 07 met internships. Oh, das ist reservations. Damit kommen direktgan Öffern.